Das hilft dir bestimmt, heute Nacht zu schlafen. Ihr sollt mich nur mitnehmen. Mitnehmen? Wohin denn mitnehmen? Na, zum Kloster, da fahrt ihr doch hin, oder? Ist euch nicht klar, dass sie jetzt allein in dieser Höhle hockt? Du willst jetzt tief schlafen. Achtung! Hier spricht die Polizei! Sag mir ehrlich, ist da noch Jungfrau? Ja. Ich glaube, wir sollten Sex haben. Entschuldige, Mann. Dann soll mein Bruder der neue Antichrist werden. Da wird Mama aber böse. So was tun wir jetzt. Ihr verdammten Monster! Scheiße, scheiße, scheiße. Noch Fragen? Was zum Teufel soll das? Nichts. Helfen Sie mir, Officer, helfen Sie mir bitte! Ich puste dich weg, die Modenschlampe! Cool. Ida! Ha, 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 ha! Bitch, leider. Ich kann den Namen nicht, das ist schwierig. Vielen Dank.